Hallo zusammen, als Botschafterin der virtuellen Bildungsmesse Rottgau 2021 heiße ich euch herzlich willkommen. Bevor ich gleich zu euch auf die Messe komme, treffe ich mich in der Turnhalle mit dem Ersten Stadtrat Michael Schüßler und dem Vizepräsidenten der IHK Offenbach Hans-Joachim Gigerich. Hallo, kommt man! Hallo, herzlichen guten Morgen, schön, dass du heute Morgen mit dem Trecker zu uns hier nach Rottgau auf unsere virtuelle Bildungsmesse gekommen bist. Und auch euch darf ich ganz herzlich willkommen heißen, zu Hause an den Smartphones, an den Tablets, am PC. Wie ihr hier seht, normalerweise wäre jetzt die Halle voll, wir wären hier miteinander in der Messe, aber es ist dieses Jahr alles anders. Wir haben dieses Jahr eine ganz besondere Messe. Es sind 25 Jahre, 25 Jahre Bildungsmesse und für uns war klar, es muss etwas Besonderes werden. Jetzt kam das Virus und Ausfallen war für uns keine Option. Also haben wir es ins Virtuelle verlegt und haben eine Messe konzipiert, die euch eurem Traumberuf ein Stück näher bringen soll. Ja, hallo Anni, schönen guten Morgen auch von der IHK Offenbach. Wir sind dieses Jahr bei der ganz besonderen Jubiläumsmesse als starker Kooperationspartner dabei. Egal, ob ihr eine schulische oder eine duale Berufsausbildung sucht, schaut doch einfach mal in alles rein und besucht vor allen Dingen auch unsere Jobwall. Dort sind die Angebote, die ihr sucht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann wendet euch an das Team der IHK Offenbach, an unserem Stand oder am Stand von Rottgau Bilde Zukunft. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich muss mich jetzt auch beeilen. Wir sehen uns gleich auf meinem virtuellen Messestand. Vergesst nicht, euer Bewerberprofil auszufüllen und eure Bewerbungsmappe hochzuladen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Erfolg. Schaut parallel auf unserem Insta-Account vorbei bei Rottgau Bilde Zukunft oder unter dem Hashtag BMR2021.